Okay. Du kannst nicht zufällig deine Arme verlängern, oder, Wunderarsch? Nicht, dass ich wüsste. Okay, da ist ruhig und freigeschneit. Oh, cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Okay, verstehe. Aber kann man das auch kaputt machen? Wie benutze ich die denn jetzt? Folge dem Erschweinchen! Mach dein Ding mit der Kiste. Wow, scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast, du bist gut! Schaff das Ding aus dem Weg! Wow, das sah ganz schön knüfflig aus! Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus! Oh Gott! Ich hab' schon mit dir getötet! Ja, aber ich hatte der Rettungstripe auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch! Du hast es geschafft! Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super-Crake zählen! Yay! Der war zu super! Ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Ach, mit dir kann ich dann auch Selfies machen? Ah, okay! Ja, wir sind ganz cool! Okay, muss ich auch ein Selfies machen? Oh gut, wir sind fertig! Super-Crake ohne Stripe ist wie Super-Girl ohne Fahrrad! Geil! Jetzt können wir das häufiger machen! Ja, wir können uns auf alles schmeißen! Ja, wenn wir irgendwas nicht bekommen, einfach drauf schmeißen! Psst! Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich weiß, wo er ist! Ich? Ich bin Kunstsammler! Spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi! Verrückt, oder? Aber gewisse Käuferzahlen! Unmengen dafür! Falls du was findest, bring es mir! Ich belohne dich reichlich! Bring mir alle neuen Werke, die du findest! Okay! Alter! Super-Crake und Tweak sind zusammen! Nicht schlecht, Neuer! Nicht schlecht! Das ist echt ein riesen Haufen Follower! Du bist für das nächste Level bereit! Komm ins Kuhn-Versteck! Ende! 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 Das tut weh, du Trottel! Ja, ich bin Trottel! Ja, Mann! Super Trottel! Duschbeck! Lauf nicht weg! Na ja! Du hast den Rand des bekannten Universums erreicht! Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit! Ach so, okay! Ähm... Da hab ich hier schon? Ja! Ich ffff... Irgendwie vergesse ich schnell, wo ich war! Ähm... Stopp! Neuer Stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava! Die ist absolut tödlich! Nicht berühren! Halt! Das ist unlogisch! Wer tut da Lava hin? Muahahaha! Ne, das gut freundlich! Wer tut da Lava hin? Von Chaos! Ganz recht, Kuhn! Ich hab in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert! Ich kann es euch doch nicht so leicht machen! Was wäre die Welt ohne ein bisschen? Chaos! Hahaha! Okay, könnt abschalten! Um Chaos kümmern wir uns später! Wir haben andere Prioritäten! Kuhn, Ende! Yeah! Okay, tut wirklich weh! Ach, das ist hier bei dem! Ähm... Ähm... Ah, das muss ich noch finden, die Karte bogen! Oh, ich kann craften! Ich bin ziemlich wichtig! Ich bin fast auf mich. Ich bin fast auf den Lava hin. Böge zu machen! Und- Wenn! Ich bin fast auf dem Lava hin! Feig die Lava hin und los! Und jetzt! Ich bin fast auf dem Lava hin. Ich bin fast auf dem Lava hin. Ich hab wieder Beliebungssehrung geschafft, wie hier, Mann. Äh, was hab ich denn im Inventar? Einmal Gegengift, einmal Kuhnkuchen, Morito und wieder Beliebungssehrung. Kleiner Crafter. Jetzt schau dir das an, Mann! Boah, krass. Digga. Den hier hab ich von Asche, ihr Schlimm. Den hier hab ich von Asche, ihr Schlimm. Ach ja. Das ist ja bei mir zu Hause. Da hab ich jetzt irgendwie was in der Kiste. Oh, ja, ich hab was volles bekommen. Powerpump und zwielichte Lockdown. Verdammt, jetzt muss ich wieder Eis durchsuchen, ob ich irgendwo nicht, äh, was runterschmeißen konnte, ne? Verdammt. Nee, hier war nix. Müsst du noch Batas Haus sein? Ja, genau. Oh, hallo. Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten als mein Sohn Batas. Wenn ich ein Selfie mit dir mache, haust du dann ab? Jo. Ja, guck, auch gar nicht. Wuhu. Ah doch, er guckt. Hurra, geschafft. Yay. Hey, willst du ein Foto mit mir machen? Ja, will ich. Das war ganz schön wild. Wir sehen uns online. Oh ja, das war mal richtig krass und wild. Müssen wir unbedingt noch mal machen. Okay, die haben wir ja schon geschafft. Ah, und jetzt? Okay, kann ich noch nix machen. Fehlt mir noch. Ich glaube, ich irgendwas. Na ja. Aber schön gut. Na, da weiß ich, wie ich es demnächst da mal rein kann. Und blöd zu machen kann. Wahrscheinlich irgendwie Wasser. Ich brauche mich die Wasserfähigkeiten, könnte ich mir vorstellen. Für den kurzen. Das Kind hat sicher Probleme zu Hause. Hast du, hast du. Stopp, hast du was? Gott. Wenn das deine Eltern wüssten. Entschuldigung. Au. Warum? Sind das, finden das toll. Warte mal. Ich glaube, ich muss brechen. Ja. Das beleidigt mich ja so. Ah ja. Hier wieder der Kuhn. Aber ich muss immer mal hier die Toilette aufsuchen. Das habe ich ja noch nicht ganz geschafft. Und Druck abbauen. Ja. Ja. So. Ja. Das. Super. Ja. Das sah nicht so toll aus. Okay. Oh, ging. Ging. Mein Weg zum Kloherrscher. Hier konnte ich ja nichts kaputt machen. Na, na? Ne. So. Es geht auf zur Kuhnhöhle. Lalalalalalalala. Muss ich das jetzt jedes Mal machen? Fake. Dich. Mom. Ich hoffe es nicht jedes Mal machen. Ah, da bist du ja wunderbar. Superheld seine schwerer als du dachtest, hm? Ist schon okay. Du stehst dich zwar beschissen an, aber ich habe Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähle dir was über Artefakten. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein stärker Artefakt. Oh Gott, nein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist sie in deine Artefaktslots zu stecken. Na los, probier's aus. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Oh nein, noch kein Fidget Spinner. Oh Gott. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superhelden-Abenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Alles klar. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig. Arschlaut. Ja, ich spüre sie, die Macht. Ja. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Hey! Haber Brecher angefurzt? Ja, dich. Das Schnellreise-System läuft. Oh, okay. Ja. Oh, hey. Dies ist deine erste Schnellreitestation. Such weitere. Die werden dir das Leben erleichtern. Ja. Jetzt muss ich die Sechstgriffe dafür prügeln. Ich gehe jetzt mal kurz zu Kai. Wir machen noch ein Selfie mit ihm. Nee, das mache ich später. Das mache ich später. Das mache ich später. Ich finde, ich möchte die ganze Zeit hier nicht mehr laufen. Nein. Hier, Mezi. Komm, Mezi, Mezi, Mezi. Wirf einfach einen Stein. Nein, nicht auf den Stein schmeißen. Kommt her, Mezis. Hier, Mezi. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Du Pussy. Zünd das Scheißding an. Nein, ich werfe den Stein. Werft irgendwas, ihr Ärsche. Lass uns einen Böller an den Stein binden. Ich sagte, ich werfe den Stein. Hey, der kleine Viertklässler ist schon wieder. Jetzt gibts mal richtig auf die Fresse. Nein. Nein. Ich wollte schnell antworten. Fuck. Wollt ihr uns wirklich mit den Sechstklässlern anlegen? Ja. Keine Gnade, Leute. Klar, ladet all eure Viertklässlerfreunde ein. Mehr Spaß für mich. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Okay. Okay. Okay, machen wir jetzt mal hier ruhig, ne? Dann müssen wir mal. Ja. Ha, 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 ha. Zeig uns, was du drauf hast. Okay. Dann mache ich mal den hier. Ja. 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 Hück mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Das gibt garantiert nen Name. Okay. Ah, hier ist ein FW. Vielleicht der, oder? Okay. Dann mache ich den Fett. Ach so. Ach so. Ja. Im Zweifelsfall irgendwas schlagen. Noch so ein paar in der Art. Dann sind wir durch. Ach, der lebt immer noch. Viertklässler seid ihr echt zählbrocken. Ha. Ja. Gah. Ohne zu zucken. Respekt. Ah. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Scheiße gelaufen, Neuer. Füllt den Zorn von Human-Kite. Ein Fettklässler mit nem Drachen. Wah. Ja, das ist der Jetstream. Zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Okay. Okay. Also los. Versuch's doch, Fickberd. Okay, jetzt ist er quasi der Tank. Den hab ich extra für dich von ganz unten hochgeholt. Okay, ja gut. Ah ja, der ist noch angepasst. Dann mach ich doch. Ach, nee. Okay, dann. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Oh, ich bin noch angewiedert. Viertklässler versohlen. Geile Sache. Entschuldigung, ich muss in den Ballons hießen. Ein frischer Wind zieht auf. Ähm. Okay. Mal sehen, Luftdruck bei 1.014 ein leichter Aufwind. Ah, wieder zu früh. Egal. Ich hab trotzdem Lust. Bin ich endlich dran? Danke. Fuck. Jetzt ist er in Gefahr. Ich hab zur Zeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Okay. King Craig krieg ich glaub ich jetzt ja nicht mehr raus. Obwohl. Ich kann ihn vielleicht wegsteuern. Okay. Versuchen wir es. Hey, du solltest dir eigentlich in die Hose machen. Nein, jetzt bin ich in der Gefahr. Fuck. Nein. Ich bin wieder auf die Beine, Arschboy. Das Böse fürchtet die Kaltbläser. Nein, ich muss... Oh mein Gott, ich bin zu hart getroffen. Ich muss... Ich muss mich heilen. Heilung! Wieder dabei! Er ist es! Super Craig! Super Craig! Okay, ich mach mit dir das mal fertig. Wieder vor dem Schlag! Das hab ich kaum gesehen. Du schaffst das! Ohohoho. Olden, liebe Kraft. Sei bereit zu sterben. Ich mach mit dir, ich mach mit dir. In your face, bitsch. Du! Jetzt haben wir die Fresse poliert! Yeah. Ja. 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 So Leute, das war es mal wieder mit der heutigen Folge South Park. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.